Und möge Gott mich hier niederstrecken, sollte ich die Unmache zahlen. Seht doch nicht so herum und glotz, als hättet ihr die Hand Gottes vorher niemals gesehen. Yeah, we're breaking the news. Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu den Breaking Electro News, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube. Und heute mit folgenden Themen. Herbert Diess stellt Forderungen auf. Cupra Born Serienfertigung begonnen. Ford Mustang Mach-E Rückruf. THG Quoten Klarstellung. Die voreingenommenen Ölnachrichten. The Community Corner. Und haha, I found an error. Ja, die Bundestagswahl liegt hinter uns. Die Grünen und die FDP führen bereits Sondierungsgespräche, wollen dann zeitnah auch mit der SPD sich unterhalten. Die Weichen für die Regierungsbildung werden also langsam gestellt. Und in diesem Zusammenhang hat sich der VW-Chef Herbert Diess zu Wort gemeldet und zehn Wünsche geäußert, die ich aus dieser Richtung gar nicht so erwartet hätte. Auf diese Twitter-Nachrichten vom Herrn Diess hat mich übrigens der Klaus hingewiesen. Als Plattform hat er dafür Twitter genutzt. Da scheint er sich ein bisschen vom Elon Musk inspirieren zu lassen. Er schreibt auf jeden Fall, wir haben uns Gedanken gemacht und wünschen uns, dass folgende zehn Punkte in die Verhandlungen mit einfließen. Punkt 1. CO2-Preis von 65 Euro pro Tonne schon in 2024. Nur spürbare Maßnahmen bringen die Dekarbonisierung voran. Also das macht der Herr Diess sicherlich auch nicht ganz uneigennützig, denn VW hat sich ja voll der Elektromobilität mittlerweile verschrieben und will das Thema wirklich vorantreiben und treibt die Konkurrenz in dem Bereich auch vor sich her. Also nicht verwunderlich, dass der Herr Diess das fordert. Dann 2. Subventionen für fossile Kraftstoffe beenden, Ausstieg aus der Kohle deutlich vorziehen. Ist im gleichen Atemzug zu nennen wie der erste Punkt, überrascht mich also nicht. 3. Ausbau der erneuerbaren Energie auf mindestens 255 Gigawatt in 2030. 24,7 Grönstrom durch schnelleren Netzausbau. Also da muss ich sagen, dass das aus der Richtung vom Herrn Diess kommt, das freut mich. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber ja, das ist schon nicht schlecht, dass auch der Herr Diess einsieht, dass da was getan werden muss. 4. Förderung von Dienstwagen auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb fokussieren. Hier sehen wir schon so eine kleine Stolperfalle, denn der Herr Diess schreibt nicht explizit batterieelektrische Autos, sondern er schreibt mit elektrischem Antrieb. Er meint hier vermutlich auch die Hybriden, die VW im Programm hat. Da stimme ich ihm also nicht ganz zu. Da würde ich mir wünschen, dass man sich wirklich ausschließlich auf batterieelektrische Fahrzeuge beschränkt. 5. Kaufprämie für Elektrofahrzeuge beibehalten und bis 2025 schrittweise verringern. Darüber kann man streiten. Das ist in meinen Augen eine Subventionierung der Automobilindustrie. Ich würde mir eher wünschen, dass man das Geld in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert und vielleicht auf andere Weise Elektroautofahrer oder Umsteiger von Verbrenner auf Elektroautos fördert und nicht so, dass letzten Endes dann die Autohersteller das Geld bekommen. 6. Laden wie Tanken. Ladeinfrastruktur für PKW und LKW massiv fördern und ausbauen. Verpflichtende Ziele für Schnellladen festlegen. Da bin ich wieder beim Handys. Wie gesagt, da würde ich sagen, den fünften Punkt streichen und das Geld lieber in den sechsten Punkt investieren. 7. Grüner Wasserstoff ist kostbar und energieintensiv. Wird dringend benötigt für grünen Stahl und für Dekarbonisierung von Industrien wie Chemie und Zement. Marmon Hagen dran sehe ich genauso wie hier dies. Wenn diese Industriezweige auch auf erneuerbare Energie umgestellt werden sollen, dann werden sie auf Wasserstoff sicherlich angewiesen sein. 8. Städte lebensfähig machen Förderung für Fahrräder, E-Bikes und elektrifizierte Carsharing-Dienste. Ein Muss. 9. Ridepooling dem ÖPNV gleichstellen. Ja, also da bin ich auch wieder nur zu 50% dabei. Fahrräder, E-Bikes bin ich dabei. Ich bin aber für den Ausbau des ÖPNV. Ob man nun auch elektrifiziertes Carsharing fördern sollte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, Fahrräder, E-Bikes, ÖPNV, da bin ich auch wieder beim Handys. 9. Fern und sicheren Zugang zu Fahrzeugdaten jetzt regeln. Fahrzeug- und Cybersicherheit gewährleisten. Ich denke auch, dass der Umgang mit den Daten aus Elektrofahrzeugen oder insgesamt aus den neuen Automobilen, dass das geregelt gehört. Wem diese Daten gehören, wie damit umgegangen werden muss, wer entscheidet, welche Daten freigegeben werden, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Finde ich gut, dass der Herr Diess das anspricht. 10. Autonomes Fahren ist unsere Zukunft, dafür flächendeckend 5G. Das ist nur ein Punkt, warum ich für flächendeckend 5G bin. Netzausbau ist immer ein Thema. DSL, Mobilfunk, in allen Bereichen liegen wir da ein bisschen. Im Vergleich zu den europäischen Spitzenreitern, da muss auf jeden Fall was getan werden, unabhängig vom autonomen Fahren. Ich muss ganz klar sagen, die Forderung, die der Herr Diess stellt, die halte ich für angemessen und richtig. Ich glaube zwar, dass er da doch auch teilweise aus Eigeninteresse bzw. im Interesse von VW spricht. Dennoch sind viele Punkte so, dass ich sagen kann, jawohl, da kann ich einen Hagen dran machen, das sehe ich auch so. Aber insgesamt steht für mich außer Zweifel, hier spricht der Herr Diess auch wieder als VW-Konzernchef und hat vor allen Dingen, ja, das Interesse des VW-Konzerns im Auge. Trotzdem, Daumen hoch für diese Forderung, weil wie gesagt, im Großen und Ganzen stimme ich dazu. Ja, und dass der VW-Konzern in Sachen Elektromobilität langsam aber sicher ernst macht, sieht man auch an der nächsten Meldung von elektriff.net, denn dort titelt man jetzt Cupra Born Auftakt der Serienfertigung in Zwickau. In Zwickau wird ja neben dem Cupra Born der ID.3, der ID.4 und der Q4 e-tron gefertigt. Bei allen Fahrzeugen handelt es sich um Modelle der MEB-Basis und nur der Skoda Enyaq wird ja tatsächlich von Skoda selbst gefertigt in einem gesonderten Werk. Der tägliche Produktionsoutput liegt laut einer Mitteilung von Seat aktuell bei bis zu 1.400 Einheiten, was eine jährliche Kapazität von ca. 330.000 Stromern ergibt. Allerdings für die gesamten Fahrzeuge, nicht nur für den Cupra Born. Beim Cupra Born sticht vor allem eine optionale E-Boost-Funktion heraus, die die Leistung kurzfristig um 20 kW auf 170 kW erhöht. Dieses tolle Extra ist allerdings erst ab 2020 verfügbar. Bei den restlichen Daten orientiert sich der Cupra Born am ID.3, ist nicht überraschend. Nach und nach wird es den Cupra Born dann auch in den schwächeren Versionen geben. Aktuell gibt es ihn nur mit 204 PS und der 58 kWh Batterie. Laut elektriff.net starten die Preise bei 37.220 Euro. Nach Abzug des Umweltbonus sind wir bei 27.650 Euro. Wir haben ja auch schon mal zusammen das Fahrzeug im Konfigurator konfiguriert und sind zur Überzeugung gekommen, dass das Auto wirklich der bessere Deal ist im Vergleich zum ID.3. Und wer dann noch ein bisschen mehr Leistung möchte und auf den E-Boost wartet, der kann dann laut elektriff.net Ende dieses Jahres bestellen. Da soll nämlich dann die 77 kWh Variante mit der E-Boost-Funktion zur Verfügung stehen. Ja und ob es dann auch wieder in den Fußnoten entsprechende Zusatzinfos gibt, dass der Akku dann zwischen 26 und 27,3 Grad warm sein muss und mindestens bei 83 Prozent Ladestand. Ja das muss man mal abwarten, aber da war ich ja beim ID.4 GTX ein bisschen erschrocken, welche Bedingungen VW daran stellt, dass er wirklich die volle angegebene Leistung zur Verfügung stellt. Insgesamt aber natürlich richtig gute Nachrichten, dass die Auswahl an kompakten Stromern langsam zunimmt und der Cupra Born ist ja auch ein bisschen aggressiver gestaltet als der ID.3. Der wird vermutlich eher das jüngere Publikum ansprechen, wird aber sicherlich auch ein großer Erfolg für den VW-Konzern. Ich drücke da auf jeden Fall die Daumen. Die Softwareprobleme sind ja im Großen und Ganzen mittlerweile überwunden. Over-the-Air-Updates gibt es für den ID.3, das wird es dann natürlich auch für den Cupra Born geben. Also durchweg positive Nachrichten aus dem VW-Konzern. Ja und ich hätte ja auch gerne durchweg positive Nachrichten von Ford vermeldet. Der Percy, der Friedhelm und weitere Zuschauer haben mich aber auf diese Meldung von Electriff.net hingewiesen. Dort heißt es Rückruf für Ford Mustang Mach E. Zunächst war dieser Rückruf nur für Kanada bekannt, jetzt hat Ford den Rückruf aber auch auf Europa ausgeweidet. Electriff.net schreibt dann auch, Ford ruft in Kanada insgesamt rund 5000 Exemplare des Ponys zurück. Dabei handelt es sich um zwei Rückrufe. Einer wegen einer Frontscheibe, die sich löst und dann wegfliegen kann. Und ein weiterer wegen eines sich eventuell lösenden Panorama-Glass-Stars. Ironie der Geschichte, Darren Palmer, Chefentwickler der Elektroautosparte bei Ford, hatte sich zuvor über Qualitätsprobleme bei Tesla lustig gemacht. Darüber hatte ich ja auch schon mal in einem Video mit meinen fünf Dislikes beim Ford Mustang Mach E berichtet. Und jetzt gibt es nochmal ein Update per 27. September 2021. Der Rückruf wird ausgeweitet und betrifft jetzt insgesamt 38.714 Mustang Mach E in Nordamerika und in Europa. Ecomendo.de hat dann noch berichtet, dass die betroffenen Fahrzeuge zwischen dem 24. Februar 2021 und dem 18. Juni 2021 gebaut wurden. Glücklicherweise dürfte mein Pony davon also nicht betroffen sein. Trotzdem natürlich eine sehr ärgerliche Geschichte und marketingtechnisch auch alles andere als positiv. Und es zeigt sich mal wieder, man sollte lieber bescheiden sein, abliefern und dann innerlich feiern, als schon vor der eigentlichen Ausliebung des ersten Kundenfahrzeuges schon so eine große Klappe zu riskieren. Also Ford muss hier wieder ein bisschen Hausaufgaben machen, aber das tut meiner Meinung bezüglich des Mach E keinen Abbruch. Es ist insgesamt ein richtig tolles Elektroauto. Dann noch ein kleines Update zu meinem Video über die THG-Quote und Elektroautos. Da kann man nämlich mit dem Elektroauto ein bisschen Geld verdienen. Wen das interessiert, der findet hier oben links in der Ecke den Link dazu. Auf jeden Fall haben wir da kontrovers diskutiert, ob man über diese THG-Quote Mineralölkonzerne letzten Endes befähigt, weiterhin ungebremst CO2 in die Luft zu blasen, statt das zu reduzieren. Der Dirk Himmelmann hat jetzt für Aufklärung gesorgt und mir eine Mail geschrieben. Er schreibt, hallo Michi, habe mich jetzt nochmal genauer informiert. Ich hatte da die Neufassung des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterung und ähnliche Vorgänge nicht auf dem Schirm. Mit dem neuen Gesetzesentwurf ist es dann tatsächlich so, dass wenn du deine Quote nicht selber verkaufst, diese im Versteigerungsverfahren durch den Bund an die Konzerne ausgegeben wird. Das Ganze hat er dann auch noch ein bisschen genauer ausgeführt. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen. Ich hatte es zwar schon gekürzt, aber das würde zu lange dauern. Und er hat hier dann auch nochmal mitgeschickt einen Screenshot davon. Hat das auch nochmal farblich gekennzeichnet, was in dieser Gesetzesänderung, in diesem Gesetzesentwurf steht. Die erzeugten Treibhausgasminderungsmengen der energetischen Menge elektrischen Stroms, die nicht von dritten der zuständigen Stelle mitgeteilt werden, zu versteigern und das erforderliche Verfahren zu regeln. Also der Dirk, sofern ich ihn richtig verstanden habe und ich interpretieren das so, dass THG-Quoten, die nicht durch den einzelnen Elektroautofahrer über einen Dienstleister Geld gemacht werden, nicht verfallen, also dann nicht mehr zur Verfügung stehen, um CO2 auszustoßen, sondern durch den Bund zur Versteigerung gebracht werden und dann das Geld in den Bundeshaushalt fließt. Das wäre also so, wenn man die THG-Quote nicht in Anspruch nimmt, als hätte man auch auf die Umweltprämie verzichtet. Wie gesagt, unter Vorbehalt, aber so dürfte es wohl kommen, so dürfte es sein. Und deshalb habe ich mich entschieden, diese THG-Quote jetzt doch erst mal zu beantragen auf ein Jahr und dann schauen wir mal, ob dieser Gesetzesentwurf so durchgeht und ob die Bundesregierung tatsächlich so verfährt und diese nicht in Anspruch genommenen THG-Quoten tatsächlich zur Versteigerung bringt. Man muss also festhalten, dass man als Elektroautofahrer, wenn man die THG-Quote nicht in Anspruch nimmt, nicht dafür sorgt, dass weniger CO2 emittiert wird, sondern nur, dass das Geld halt der Bundesregierung oder dem Bundeshaushalt zugutekommt. Ja, und da kommen jetzt auch schon die voreingenommenen Ölnachrichten. Der Zuschauer Norbert hat mich auf folgende Meldung von rbb24.de hingewiesen. Dort titelt man jetzt Das ist wohl auch für die Anlage an sich, also für die technischen Einrichtungen, alles andere als vorteilhaft. Auf jeden Fall schreibt rbb24.de weiter Das bestätigt auch Alexander Trenn, Abteilungsleiter Brandschutz bei der Stadt Schwedt, der die Untersuchung am Mittwoch leitete. Wir haben auf einer festgelegten Route das Werksgelände umrundet und konnten auf dieser Messfahrt an keinem Punkt irgendwelche schädlichen Stoffe in der Luft finden. Ja, dunkle Rauchwolken sind in der Regel immer harmlos und das auch, wenn es um die Rohölverarbeitung geht. Hoffen wir mal, dass die Herren da wirklich richtig gemessen haben. Ja, und auf die nächste Meldung von idowar.de hat mich der Zuschauer Günther hingewiesen. Dort titelt man größere Menge Öl in den Goldbachgesickert. Auf der B15 in Richtung Landshut verlor am Freitag gegen 13.20 wahrscheinlich ein mit Heizöl beladenes Fahrzeug eine größere Menge Öl. Der Verursacher entfernte sich von der Unglückstelle. Passanten haben das ausgelaufene Öl bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr errichtete vier Ölsperren, die das ausgelaufene Öl auffangen, damit es dann abgeschöpft werden kann, sagte Kommandant Siegfried Bauer. Wie viel Heizöl tatsächlich in den Goldbach gelangt sind, ist nicht bekannt. Laut Aussage der Polizei ist allerdings von einer größeren Menge auszugehen. Deshalb wurde auch noch ein Spezialkommando sozusagen hinzugerufen, um entsprechende Umweltverschmutzungen möglichst gering zu halten. Auch das Wasserwirtschaftsamt wurde informiert. Die Polizei entnahm für eine weitere Analyse Wasserproben aus dem Goldbach, welches Ausmaß der Umweltschaden nehmen wird, ist noch unklar. Ja und auch diese beiden Meldungen bestärken mich wieder in meiner Überzeugung, dass wir als Gesellschaft zumindest mittelfristig versuchen sollten, mit dem Verbrennen wertvoller Rohstoffe aufzuhören. Ja und natürlich haben wir auch diese Woche wieder gemeinsam die Liste der brennenden Verbrenner gepflegt. Da möchte ich mich bei den Zuschauern Albert, Alexander, Hermann, Hans, Heinrich, Peter, Hermann, Johannes, Jürgen, Michael, Peter und Rainer bedanken. Die haben mir jeweils Meldungen in der Regel aus Lokalmedien zu brennenden Verbrennern zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Und wir werden diese Liste der brennenden Verbrenner so lange weiter pflegen, wie ein brennender Verbrenner höchstens mal in den Lokalmedien Niederschlag findet, während ein brennendes Elektroauto, wenn es denn dann in seltenen Fällen überhaupt mal brennt, gleich international für Schlagzeilen sorgt. Ja und da kommt jetzt auch schon The Community Corner. Zunächst erstmal eine Info in eigener Sache. Ich hatte am 9. Oktober 2020 einen Ladesäulen-Report durchgeführt. Ich war da also in Eichenzell am Rhönhof den ganzen Tag und habe mal geschaut, wie viele Autos dort laden. Das war leider sehr enttäuschend, natürlich auch C-bedingt unter anderem und es war auch sehr schlechtes Wetter. Und ich möchte diesen Ladesäulen-Report am 1. Oktober 2021 wiederholen. Das heißt also, ich werde da auf dem YouTube-Kanal Michael Schmidt Live entsprechend berichten, wie viele Autos zum Laden nach Eichenzell am Rhönhof an diesem Tag kommen und auch wie viele Strommengen tatsächlich abgegeben werden. Und dann sehen wir mal, wie sich diese Abnahme von Strom, die Auslastung von den Ladesäulen in dem einen Jahr tatsächlich verändert hat. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Kanal verlinke ich auch hier oben links in der Ecke. Ja, dann kommen wir auch schon zur ersten Zuschauer-Mail. Die kommt vom Helmut und der Majetta, aka Biokatze. Hallo, ihr haben noch. Richtige Anrede. Mit unserem Corona 64 kWh waren wir für eine Woche in der Bougonje. Von Ladebüste in Frankreich keine Spur, das überrascht mich. Zwar war ein Triple Charger außer Betrieb, ein anderer von einem französischen Elektroautofahrer, der gar nicht Blut belegt. Aber dank der reichlich vorhandenen und in diesem Gebiet kostenlosen 22 kW AC-Säulen, hatten wir immer reichlich Strom unterm Hintern. Mit der Fresh-Mail-Karte konnten wir überall problemlos den in Frankreich reichlich vorhandenen Atomstrom-Zwinker-Smiley laden. Die 250 in Frankreich geladenen Kilowattstunden haben uns in Summe 15 Euro gekostet. Das ist sicherlich in Ordnung. Grüße, Helmut und Majetta. Und die beiden haben dann auch nochmal Fotos mitgeschickt. Hier sehen wir also einer dieser AC-Säulen. Und da sehen wir dann auch den Kona. Und ganz besonders wichtig, hier sieht man auch den Ben-Merch. Also vielen Dank für die Unterstützung. Und hier sieht man nochmal die Majetta mit dem Kona vor einem der zitierten Atomkraftwerke. Da muss man halt auch darauf hoffen, dass irgendwann dort auch auf erneuerbare Energie gesetzt wird. In Frankreich im Moment ist es halt ja noch nicht der Fall. Ja und die nächste Mail kommt dann vom Ralf aka Fatzerchen auf YouTube. Der hat eine ganz lange Mail geschrieben und die kann ich nur ganz in Auszügen mal vorlesen. Hallo, erhabene Quasselstrippe. Was soll denn das heißen? Und einen Gruß an alle Elektromobilisten. Endlich ist es soweit. Das Abenteuer Elektromobilität startet auch bei mir. Falls du dich erinnern kannst, war ich damals ja ganz heiß auf die Premierenvorstellung des Audi Q4 e-tron. Keine zwei Wochen später hatte ich meinen kleinen Elektroflitzer bestellt, habe mich überwunden, doch ein paar Mark zu investieren und mich dann gegen den E2008 entschieden. Nach Rückgabe meines Verbrenner Q2 habe ich nun vergangenen Freitag mit wochenlanger aufgeregter Vorfreude im Audi-Forum Ingolstadt meinen Q4 abgeholt. Und ich bin absolut nicht enttäuscht. Ein tolles neues Fahrfeeling, tolles Ambiente, trotz einigem an Hartplastik immer noch gute Qualitätsanmutung, ganz abgesehen von der äußeren tollen Optik. Dann berichtet er noch ein bisschen von der Abholung und wie das Ganze gelaufen ist. Und man muss dazu sagen, er hat den Q4 mit dem kleinen Akku. Auf jeden Fall schreibt er dann noch, jetzt freue ich mich auf weitere Kilometer mit dem Q4 und werde dann auch mal die Sonos-Anlage mal kräftig testen. Also die Audio-Anlage meint er damit vermutlich, alles Gute und versau deinen Magen nicht so stark mit Cola Light und trink mal ein vernünftiges Dortmunder Bier. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Emissionslose Grüße, Ralf. Und er hat hier dann auch noch mal eine Ergänzung geschrieben, also noch eine zweite Mail. Das ist leider alles ein bisschen zu lang, Ralf. Also wenn ihr euch ein bisschen kürzer fasst, dann kann ich auch die ganze Mail vorlesen. Und hier haben wir den Ralf, aka Fatserchen mit seinem Q4 e-tron. Und ich muss sagen, für ein Elektro-SUV, also für ein SUV, gefällt mir das Auto richtig gut. Das ist eins der schönsten aktuell in meinen Augen. Gefällt mir auch besser als der ID.4, wobei ich den auch durchaus schick finde. Und der Ralf hat dann auch noch mal ein Bild mitgeschickt oder mehrere Bilder von der Ladekurve. Man sieht natürlich, dass jetzt der Q4 e-tron mit dem kleinen Akku, ja, es ist kein Lademonster. Wenn man das auch mal mit einem Ioniq 5 vergleicht, ja, da kann er nicht ganz mithalten. Aber wie oft macht man schon Langstrecke, also der durchschnittliche Deutsche ja doch eher selten. Und da kann man dann auch mal ein bisschen mehr Zeit beim Laden verbringen. Also ich finde, das ist ein richtig tolles Auto, lieber Ralf. Und ich wünsche dir natürlich allzeit knitterfreie Fahrt. Ja, und dann haben wir noch eine Mail vom Thomas, der schreibt, hallo, er haben noch. Erstmals richtige Anrede. Nach ziemlich genau acht Monaten seit der Bestellung konnte ich vor anderthalb Wochen endlich mein erstes E-Auto vom Händler abholen. Und bin seither bereits 1500 Kilometer gefahren und daher sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Das freut mich auf jeden Fall. Nun fahre ich also den Opel Corsa E im Alltag, auch wenn ich ursprünglich den Mokka E dafür auserkoren und bereits bestellt hatte. Da wissen wir ja, gab es ja auch ein paar Lieferprobleme. Leider gehöre ich zu den zahlreichen Kunden, denen Opel die bereits angenommene Bestellung stornieren musste. Und als kleine Entschädigung bot man mir sowohl Neuwagen mit Verbrennungsmotor als auch den Corsa E zu einer unschlagbaren monatlichen Niesengrade an. Ende gut, alles gut. Entschieden hatte ich mich natürlich für den elektrischen Antrieb bestellt. Mitte Januar steht der Neue nun endlich auf meinem Parkplatz vor dem Haus, wo bisher mein 1991er Baby Benz drohnte. Also der Thomas hat 30 Jahre ein und dasselbe Auto gefahren und ist jetzt auf Elektromobilität umgestiegen. Dafür Daumen hoch. Jetzt freue ich mich auf ruhige und entspannte Fahrten in der rasant wachsenden Elektromobilität. Liebe Grüße aus Ostwestfalen, Thomas. Und natürlich hat der Thomas auch noch ein Bild von seinem Schätzchen mitgeschickt. Hier sehen wir also den knallroten Opel Corsa E. Richtig schönes Auto, wobei mir der Peugeot E208, also der Bruder vom Corsa, noch ein bisschen besser gefällt. Aber ist letzten Endes Geschmackssache und wie gesagt, Corsa E auch ein richtig tolles Elektroauto. Und ich wünsche dir mit dem roten Flitzer natürlich auch allzeit knitterfreie Fahrt. Ja, und dann kommt jetzt auch schon... Haha, I found an error. Okay, was mache ich mit den Leuten? Was mache ich noch? Was mache ich noch? Ich bin echt am Verzweifeln, Leute. Ich weiß nicht mehr, was ich mit euch machen soll. Ich kann ja mir den Mund fußlich reden und trotzdem kommen immer wieder völlig an den Haaren herbeigezogene Errormeldungen rein. Und diese Woche stellt auch keine Ausnahme dar. Ich zeige euch mal, worum es diesmal geht. Und diesmal habe ich eine Mail bekommen vom Christian. Man muss ihm immerhin anrechnen, dass er die richtige Anrede gewählt hat. Er schreibt, hallo Herr Habner. Richtig. Du sagst bei 14.09 Martin und Astrid. Martin ist falsch. Er heißt Mike. Jetzt habe ich dich und mache weiter so. Gruß der Großvisier Christian. So, so der Großvisier. Und jetzt schauen wir uns mal an, worauf er genau anspielt. Und jetzt zeige ich euch erstmal, dass die beiden wirklich Mike und Astrid heißen. Die nächste Mail hat mich natürlich ganz besonders gefreut. Die kommt von Mike und der Astrid. Ihr habt das also gehört. Die Mail kam von Mike und Astrid. Und jetzt schauen wir uns an, was ich bei 14.09 gesagt habe. Ein Menschen in einem Elektroauto, der bisher nur Verbrenner kennt, der wird begeistert sein. Und dem Martin und der Astrid ging es hier also offensichtlich. Ich sage also eindeutig Martin und Astrid. Das ist natürlich kein Error, sondern eine ganz bewusste Wortwahl. Die uninformierten Zuschauer, die meinen Kanal nicht aufmerksam verfolgen, werden sich jetzt natürlich fragen, warum ist das kein Error? Die Informierten wissen es natürlich ganz genau. Ich bin nämlich Experte für alle möglichen Sportarten, ob das Fußball ist, ob das Volleyball ist, ob das Badminton ist. Ich kenne mich also überall unwahrscheinlich gut aus. Da kann mir kaum ein anderer Experte das Wasser reichen. Unter anderem sieht man das hier an der Tippgemeinschaft zur Bundesliga, Breaking Electro News. Da liege ich, obwohl ich absichtlich schlecht tippe, immer noch auf Platz 3. Also auch hier zeige ich den Zuschauern, wo die Ben-Redaktion die Locken hat. Und natürlich bin ich nicht nur Experte in Sachen Fußball, europäischem Fußball, sondern ich kenne mich auch ganz, ganz, ganz toll beim American Football aus. Und das Ganze steht oder stand natürlich im Zusammenhang mit dem Update, was der Mike McCarthy im Zusammenhang mit dem Zach Martin gegeben hat. Denn nur wenige Wochen vor dem Saisonauftakt mussten die Dallas Cowboys schlechte Nachrichten vermelden. Der Spieler Zach Martin wurde positiv auf C19 getestet und man zweifelt daran, dass er am Auftaktspiel teilnehmen kann. Und darauf hatte der Mike McCarthy hingewiesen. Und jetzt haben wir auch hier die Namen entsprechend. Wir haben nämlich einmal den Mike und einmal den Zach Martin. Und ich wollte damit einfach nur meine Solidarität zum Ausdruck bringen, weil ich natürlich weiß, dass die meisten NFL-Profis auch die Breaking Electro News schauen. Das war also so eine, ja, versteckte Genesungsbotschaft an den Zach Martin. Denn man weiß natürlich mittlerweile auch, dass zu einer schnellen Genesung auch die mentale Gesundheit und das entsprechende positive Gefühl entscheidend ist. Und das wollte ich vermitteln. Aber der Christian muss aus dieser wundervollen und selbstlosen Geste von mir natürlich einen Ärauch konstruieren. Das ist natürlich an Hahn herbeigezogen und es bleibt dabei. Die Breaking Electro News sind absolut fehlerfrei und perfekt. Ja und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Zuschauern bedanken, die mir Nachrichten zu neuen Elektroautos, zu brennenden Verbrennern etc. haben zukommen lassen. Ohne euch wären die Breaking Electro News nicht möglich. Deshalb vielen Dank dafür. Ansonsten soll es das für die heutige Bennausgabe gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr die nächste Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.